Wir sind gerade auf der Suche nach Fabian, unserem neuen Lehrling. Was der so macht, fragen wir ihn jetzt. Fabian, wie bist du auf die Salzburger AG gekommen? Einfach durch die Präsenz von der Firma. Man sieht in der Stadt doch relativ viel von der Salzburger AG, wenn man sich die Opel-Busse anschaut und ich bin froh, dass ich jetzt von der ganzen Firma teil sein darf und es passt super bis hin. Wie waren da deine ersten Tage? Eigentlich total entspannt, also wir haben die ersten zwei Tage so Einführung gehabt, da haben wir die wichtigen Leute kennengelernt und so und dann bin ich eben zu meiner Abteilung gekommen und da bin ich jetzt auch schon seit heuer. Dann hast du dich für die Lehre entschieden, was hat dich dazu bewegt? Ich wollte eine interessante Lehre anfangen, die mich interessiert, die mir Spaß macht, nachdem ich nicht mehr in die Schule gehen wollte und deswegen habe ich mich für Bürokaufmann entschieden, weil mir das, glaube ich, ganz gut liegt. Das passt zu dir, sagst du? Ja, ich glaube schon. Was erwartest du von der Salzburger AG? Wo soll die Reise hingehen? Also ich möchte auf jeden Fall meine Lehre abschließen, wenn es geht auch in der zweiten Lehre mit Matura machen. Das ist schon mein Ziel, dass ich einen Abschluss habe. Und dann einfach gerne in den Beruf gehen, Spaß haben, im Job nette Kollegen kennenlernen und einfach gerne in die Arbeit gehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020